Ah, ich werde nie mehr an das verwendet werden. Nein, das funktioniert nicht. Ich hoffe, er hat es nicht als Textbuch benutzt. Ich bin nicht sicher, ob ich das Geräusch mag. Ja, ja, du kommst als letztes. Okay. 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 Ist da dann schon Flüssigkeit drin? Das ist eine. Es sieht aus, dass es ein Tren ist. Huh. Ja. Fixer. Stopp. Okay. Hier ist nix. Das sollte in Hande kommen. Ah. Okay. 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 Das sind alle. Easy. Developer, Stopp und Fixer. Du bist das. Stopp. Und Fixer. Da packen wir das Blatt hin. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Drei. Eins. Zwei. Drei. Wetten, da ist ein Foto von uns. Eins. Zwei. Drei. Drei. NNINE. Drei. 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 What the fuck is this? What the fuck is this? Please don't look. Hello? Are you alright? Don't. Don't. Look at me! Please. 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 Don't. Don't. Don't go. Oh, God. Don't leave me here. We will nur nicht allein sein. Alone. Naked. Let me try you on. Oh, God. No. 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 Don't. Death. Don't. No. Zieh mir was an! Oh, das ist ein Kampf. Oh, das ist ein Kampf. Das ist ein Kampf. Das ist wieder verkackter. Okay. Ich dachte da, pass ich noch etwas interessanteres. Ich habe schon ein paar überlegt gerade, ob ich einfach mal kurz mich schnappen lasen soll, weil ich sehen wollte, was passiert, was er macht. Warte! Geh nicht! Oh, Gott! Geh nicht mehr! Hallo? Klapp! Lass mich dich an! Oh, Gott! Nein! Okay. Okay. Nicht ein Fan von Licht, hm? F*** Figuren. Manchmal hat er etwas gesehen. Ich strahle wie so ein Glühwürmchen, ey. Sie wieder? Ich werde dir nicht mehr mitkommen. Sie kommen damit? Die bin ich sicher. Ich mag ihn nicht. Sie sein你的 ... Schöne ich nicht. Ich habe die Freundin. No, der ist ganz einsam. Jetzt, dass du hier bist. Bitte, bitte, bitte. Nur nicht umdrehen. Ah! Easy. Keine gar nichts. What the fuck was that? Der kommt gleich wieder. Der kommt gleich wieder. Der kommt gleich wieder. Die meisten Leute spenden ihre whole lives seeing only a fraction of our reality. Lucky them. I have spent my whole life looking beyond the edges of our reality. Even as a child I saw things that would break a grown man. Eventually I grew into it. It became my normal. But that thing. It was anything but normal. I have never encountered anything like this. This ravenous. I felt lost. I came to Neva looking for answers and all I got was more questions. What was that monster? Who was Thomas? And what did he want from me? Mary-Anne! I woke up with icy water in my veins. I wanted nothing but to get out of there. To just get up and run until my legs give out. Until my lungs collapse. But... I knew I couldn't. It wouldn't have solved anything. And besides... Sadness needed my help. There's someone there. Mary! 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 And... Happy! You're... Okay. Sadness? Is that you? Are you okay? What was that thing? Hello? Fine! Richard. Richard? No, Sadness. The man I'm looking for is named Thomas. Who's Richard? Who's on the street? The day room. Day room? Are you trying to show me the way? Okay. Dann suchen wir jetzt Richard. Richard. Hm. Ah, verstehe. Die Lampen zeigen mir den Weg. Ups. Das erkannte. Sieht sehr einladend aus. Ich sehe ihn ständig in meinen Traum. Den anderen Ort. Staub und Tod, soweit das Auge reicht. Das Gefühl der Leere, das meine Seele zerreißt. Ich wache auf und bekomme keine Luft. Der Staub brennt mir in der Lunge. Ich flehe, dass es aufhört. Er sagt, dass man nichts machen kann. Aber das muss er wohl sagen. Nicht wahr? Das habe ich nicht in Zirke untersuchen können. Ich habe nichts. Ja. Okay. Was jetzt? Jetzt werden wir da hoch. Das war's. Ja. Das war's. Das war's. Und woher wirst du wissen, dass es die ganze Zeit Sadness ist, die dich hier durch die Gegend führt? Das ist ja jetzt nur deine Vermutung. Das ist Blut. Das ist Blut. Das ist Blut. Hm. Hier ist auch noch ein bisschen Blut. Pues ich hatte es. Das hat euch wohl zu blaster. Dann auch sein. Ich bin ehrlich. Ich bin ehrlich. Das ist richtig. Ich bin gemetenge 필. Aber Choice ist und im Geist. So your statement complicates that, comrade? I... yes, I understand. Some things don't just go away. They stick. They echo. There is a sign. But... how? Why? Can I go ahead and hang? I can't do that anymore. Okay. I can't do that anymore. Cover your nose. Try not to look at them. The sooner we're done, the sooner we can get out of this place. Ah. Definitely didn't need to feel that. I can't do that anymore. 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 Ich liebe dich von ganzem Herzen. Franz. Ha! Ich hab mir den Namen gemerkt. Über zwei Tage. Nice. Gut, hier darf ich nicht lang. Ein langer Gang. Jawohl. ... Francis. Was soll ich nur mit dir machen? Als Niva dich gemacht hat, hast du mich angefletigt, dich zu behalten. Du sagst, du bräuchtest ein paar Zeit, um dich um deine Angelegenheiten zu kümmern. Dass du nützlich sein könntest. Aber jetzt weiß ich, dass du mich nur als Vorwand benutzt hast. Genau wie diese verdammten Briefe, die du schreibst. Ich weiß, dass du nie auch nur einen davon abgeschickt hast. Der Familie geht es gut, Mr. Rekowitz. Ich gehe wahrscheinlich im Frühling nach Hause. Spätestens im Sommer. Wem will sowas vormachen, Frank? Verdammt, solange du hier bist, kann ich dich wenigstens im Auge behalten. Darauf schauen, dass du dich nicht besäust und in einer Schneewehe bewusstlos wirst. Oh mein Gott, ich kann gar nicht hier sein. Das ist wohl das Mindeste, was ich tun kann. Der gute, alte Frank. Zu viel Angst, um zu leben. Zu stur, um zu sterben. Manchmal habe ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich dich so ausnutze. Aber dann fällt mir wieder ein, dass ich jede Hilfe gebrauchen kann. Ich lag mit Franz gar nicht mal so weit daneben. Francis oder Frank? Easy. Das ist gut, dass du dich so auslösst. Locked. Bitte talk, pass auf. Oh, sadness. How did you... Ah, shit. Hey, wait up. Come on, Slowpoke. I've got an idea. We're gonna show that weirdo. What... What are you gonna do? Hmm. Hmm. There were some kids here. Kinder, die sie wahrscheinlich Spaß erlaubt haben und dann ist plötzlich das Mädchen leider gestorben. Hello? Anyone? Anyone? Komisch, er sei gerade ja nicht gefunden. Ah, da. Ready or not. Where I come. That voice. Come on. Hurry. Nein. Falsches. Runter. Da war... What? No. It's fine. I'm sure they're here somewhere. No. No. Bernard wouldn't do that. He's nice. Ugh. She's talking to herself again. What a freak. Hey. Hey. Don't talk about her like that. Shut up, Bernard. Erlösen wir jetzt Trauer? ... ... ... ... Schh, hier kommt sie! Leute? Komm schon, hier ist es kürzisch. Das ist nicht lustig. Ich glaube wirklich nicht, wir sollten. Versteh' dich, Bernard! Leute! Oh, Kinder können so scheiße sein manchmal. Was ist das? Du willst mir zeigen? Aber nicht? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Interessant ist. Die Katze ist schwarz auf dem Spiegelbild. Okay. Sonst ist nichts anderes. Sollte ich noch mehr sehen? Sollte ich noch mehr sehen? Sollte ich noch mehr sehen? Soll ich dir weiter folgen? Soll ich die Katze zum Spiegel bringen? Wie auf dem Bild. Weiße Katze. Dann ist er die schwarze auf der anderen Seite. Das stöhnt da rum. I can feel it calling out to me. Sollte ich noch mehr sehen? Was ist das erste Mal? Das klingt auf jeden Fall nicht gesund hier. Was ist passiert? Nein! Nein, bitte, Mama! Oh, Gott. Was ist passiert mit dir? Warte, ich weiß dich. Du war das Kind. Bernard, war es? Er war da, wie ich war. Ich wusste seinen Namen, aber es war nicht genug, um ihn wegzunehmen. Es war wie ein Teil von ihm erinnert. Ja, komm. Da sind Motten. Ich möchte erstmal eigentlich... All diese Leute, sie wurden nicht nur getötet. Seine Spiriten waren... ...eine Spiriten waren... ...eine Spiriten... ...bohren... ...zweil von Verbrauchung. Vielleicht kann ich den, den Bernard hat verloren. Ich muss nachher schauen. Ein Spiriten? Okay, hier könnte ich switchen. ...eine Spiriten waren... ...eine Spiriten waren... ...eine Spiriten waren... ...bergenbon... ...neine Spiriten waren... Haben wir doch sein Gesicht, dann können wir ihn sogar erlösen. Okay, jetzt habe ich die schwarze Katze, mit der komme ich dann wahrscheinlich hoch. Ich bin immer wieder mit mir. Oh, sieh, 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 sieh. Was? No, no! Twitch. Where are you, little girl? Where is she? Ready or not, here I come! What the fuck? How? I couldn't believe it. That thing could travel between worlds. There was no escaping it. There's those bolt cutters again. Gotta be a waiter. Great. Another mirror. New details have emerged. The situation may be more complicated than we expected. No time to explain. You get the full report once again back. Just leave it to me, comrade. Very meticulous of you, comrade. Locked. Wer hätte das gedacht? Alles verschlossen, das kann ja nicht wahr sein, ey. Oh god. What now? What else? Oh no, there's more of them. What has it done to you? Pause. Pause! So, weiter. Okay. Schönes Bild. Extermination room. Extermination room. Liebling. Ich vermisse dich sehr. Ich hoffe wirklich, dass du bald bei mir bist. Du würdest es sehr lieben. Das Wetter ist toll. Die Sonne scheint, der See ist ganz wunderbar und die Menschen sind nett, nett und tot. Alle von ihm. In liebe Frank. Alles klar. Pflegefall. Erstmal alles angucken, was wir angucken können. Oh, das ist kalt, das hat sich ja nicht. Das ging ja schnell. Mein Gott, die scheinen ja auch an. Ich glaube, ich mache jetzt aber Pause an dem Punkt. Ich glaube, es ist das Beste. Da mache ich halt drei, zwei, 40 Minuten Parts. Es geht auch. Genau hier an der Klippe. Kurs vom Tod. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Part. Haut rein, Leute. Tschö. Mittell. Tschö.